Moin Leute, Sujuk hier und herzlich willkommen zu der 8. Ausgabe der Top 5 QCW Clips. Unser teuer Kamerad Stompy ist leider verschollen. Ich denke ja, dass er vom Big Mac einfach weggebannt wurde. Naja, armer Stompy. Nichtsdestotrotz werde ich nun jeden ersten Freitag im Monat eine neue Folge der Top 5 QCW Clips hochladen. Die Messlatte für dieses Video ist entsprechend der wenigen Einsendung eher niedrig. Der Link um eure Clips einzusenden ist wie immer oben in der Videobeschreibung. Fangen wir auch direkt mit dem fünften Platz für den Monat Juli an. In diesem Clip sehen wir wie der Spieler Senso aus dem Clan Strong zwei Spieler dumm und dämlich tritt. Halten wir diesen Satz in Ehren für Stompy und auch danach noch zwei Spieler tötet. Ich hab den Team an den Postborn gefaltet, man ist auch dood. Lecker. Jetzt ist er aber uns gefährlich. Ja. Ist er rechts? Ja. Er baut es. Ich sehe mich früher. Hast du den? Ja. Nein. Hast du den? Nein. Hast du den? Nein. 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 Ich weiß. Das hat also gesagt. Ich glaub, ich weiß nicht. Ich glaub, ich weiß nicht. Noch einen Geflowlist. Ich hab' den. Das ist direkt vorhin. Ich hab' da gesagt. Ja ohlig. Ich lass dich auch mal lassen. Ich hab' alle geholt. Auf Platz 4 haben wir den Spieler Rose-Paints aus dem Clan-Contra-Chorst. In diesem Clip wird der Klang Kontrakost provoziert und holt im selben Moment durch starke Steffen von Rose Payne's den Chor. Auf Platz 3 haben wir einen Clip von Ausgeteilt, der in diesem Clip eine Horde gibt. Von Helmut Langsdeft und seinen Clans somit den Chor des Gegners holt. Auf Platz 2 haben wir einen Clip von dem Spieler Valium aus dem Clan Rio. In diesem Clip ist zu sehen, wie er alleine gegen vier Leute läuft und sein Clans somit den Chor gegen den Clans Six Army bekommt. Auf Platz 1 diesem Monat befindet sich ein Clip vom Spieler Chromie aus dem Clan Uzi. In diesem Clip sieht man, wie er alleine acht Leute läuft und sein Clans somit den Chor bekommt. Einfach famos, was Chromie hier für einen Clip erspielt hat. Das war's mit der Folge Top 5 Chor zu W-Clips aus dem Monat Juli. Wenn ihr in der nächsten Folge dabei sein wollt, dann klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und schickt mir euren Clip zu. Wenn ihr Bock habt, dann abonniert auch gerne unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ein Like und ein Kommentar würde mich sehr freuen. Haut rein und tschö mit Ö. Bis zum nächsten Mal.